Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anu22.5 mit der nächsten Woche hier. Es geht weiter mit 15 spannenden Minuten und ja, eine davon ist jetzt die hier. Wir müssen eine Transferdoute erstellen. Richtig spannend. Nämlich das hier, Deuterium, von hier nach hier. Da machen wir jetzt mal 8. Meine Vorgesetzte erwartet Ihre Entscheidung. Steigen Sie in die Arbeit mit uns ein? Verbunden. Schön Sie zu sehen. Ich habe ein Angebot von Cassian Industries für Sie. Haben Sie Lust nach den Sternen zu greifen? Halt doch die Klappe, du mit den Sternen, ehrlich. Was kriege ich dafür? Der Mond ist voller Meteoritenkrate. Natürlich ist das ein Albtraum für alle, die dort leben, aber warum machen wir nicht das Beste daraus? Die Mineralien, die wir abbauen, könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen, von wissenschaftlichen Entdeckungen, ganz abgesehen, auf die sogar Ibarra Foxcom eifersüchtig sein wird. Cassian Industries möchte Ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten. Wir werden als Erste das entdecken, wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird. Okay, super. Freut mich jetzt. Bitten Sie Meteorit 1. Was weiß ich, wo die Meteoriten rumliegen? 2. Was weiß ich, Denny? 3. 3. 4. 4. 5. 5. Ja, wo ist jetzt der fünfte? Ja, komm schon. 5. 5. Ach, 6 sind's. Ja, okay. Ihre Arbeit hat auf höchster Ebene Zustimmung gefunden. Cassian Industries erwartet, dass die Sammertrag mit größter Diskretion ausgeführt wird. Äh, ja, das sollten wir ja wohl hinbekommen. Ähm, wichtig ist jetzt erstmal hier diese Dinger anzubauen. Das hier zum Beispiel Helium 3 in der Mondregion, ja. Dazu brauchen wir einen Bergbauplatz, den wir hier glaube ich schon haben. Nehm, nehmen. Ganz schön teuer, das scheiße. Ich hab doch jetzt eine Straßenanbindung am erleben. Ich hab doch jetzt eine Straßenanbindung am erleben, jetzt. So, jetzt ist einmal die Logistik geschädet und einmal das Solarmodulier. Oh, wir machen nur noch kaum Gewinn. Seht ihr, genau das habe ich gemeint. Im letzten Part. Die Logistik ist hinten dran, jetzt machen wir Minus. 100 Pro. 36. 30, wenn ich mir hinten bau, 18, 14, nein, 21, 36, 33, 40, 34, ne, wir müssen es irgendwo hier lassen. Oh, wir machen Minus. Wir müssen was tun. Das können wir am besten in unserer ersten Siedlung in der würdischen Bucht. Der Mond ist teuer. Das merkt ihr selber gerade. Wir müssen was tun. Und eins davon ist, hier weiterzubauen. Auch wenn wir den hier noch nicht bauen können. Aber bald. Wir bauen weiter. Achtung, unter Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Und dann kommen... Und dann kommen... Die hier drum. Dann brauchen wir ein Infozentrum. Haben wir hingestellt. Und wenn sie das haben... Ich weiß nicht, wie es mit den kleinen Häusern hier aussieht. Dann machen wir halt da Parkplätze hin oder sowas. Ich weiß nicht, Polizei brauchen wir die auch noch. Wird wahrscheinlich jetzt dann gleich kommen. Äh, Ornamente hier. Brauchen wir die kleine hier. Ja, dann kann man alles mit Parkplätzen zuziehen. Oder Parkplätze zuziehen. So. Haben wir das getan. Dann können wir hier auch gleich upgraden. Ja, immer mit der Ruhe da. So machen wir wieder Plus. Ja, jetzt wird hier schon gejammert nach einem neuen Polizeizentrum. Machen wir doch gleich. Und jetzt müssen wir schauen, dass die Luxuskosten hier alle erfüllt werden. Und zwar ist man hier erst mal hinten nach mit dem Wasser. Wasser fehlt. Dringend. Wasser fehlt immer noch. Hier ist es nicht so mit Hul. Schauen wir doch mal. Wasser. Hör ich da ganz hinten oder was? Im Ernst. Das heißt, ich kann jetzt von da ganz hinten. Kann man machen. Kann man machen. Nur wegen Wasser. Nur wegen Wasser. Äh, 28 im Minus. Bei. Bei, 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 bei dem hier. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwo was gibt, wo man was dranlegen kann. Nein, kann man leider nicht. Ich weiß nicht, ob es das hier ganz bringt. Nee, bringt es nicht. Kann ich gleich woanders hin platzieren. Zum Beispiel gleich mal hierher. Passt wieder nicht ganz. So, wir schreiben wieder Pluszahlen. Jetzt geht es weiter. Es ist halt immer so ein Nachrissscheiß. Man muss halt immer wieder nachrissen. Jetzt geht es darum, das hier. Vitamin Drinks. Vitamin Drinks bestehen daraus, dass sie aus diesen Obstplantagen hergestellt werden. Das sind die Teile hier. Da steht eins. Da brauchen wir dann mehr. Okay. Machen wir. Gesagt, getan. Was ist jetzt das? Okay. Ähm. Das heißt, wir machen da mega viel gut. 25 auf diese Dinger da. Das sind die Teile. Okay. Mit dem Teil habe ich es nicht weit gebracht. So, wir sind im Plus. Dafür Obstplantagen wieder Minus. Äh, bedeutet auch, wir müssen, äh, das hier verrutschen. Wenn man jetzt hier noch so ein Modul hin kann. Jawoll. Bedeutet auch, 0, 0, 0, minus 13. Verjüngungskuren. Verjüngungskuren. Was brauchen denn die? Jetzt nochmal ganz langsam. Verjüngungskuren sind die Teile. Brauchen sind Zellen. Die brauchen der hier. Algen. Algen, denke ich mal, sind komplett ausgelastet. Die sind auf 0. Ja. Das heißt, wir müssen hier Algen anbauen. Dafür brauchen wir einen Küstenbauplatz. Den haben wir wieder nicht. Das heißt, wir müssen erst diese Brücke hier bauen. Mei, oh mei, oh mei. Oh mei, oh mei. Dabei können wir auch mal schauen. Und zwar brauchen die, um weiter hochzupumpen, Neuron-Plantate. Die sind da. Das heißt, das einzige, was fehlt, ist, es fehlen zwei Gebäude dieser Art. Das heißt, eigentlich können wir gleich neue Gebäude bauen. Brückenentwicklung autorisiert. So. Pumpt es rein. Ihr seht, es geht ganz schnell. Man baut hier einfach Land auf, Land ab. So. Das gleiche machen wir jetzt da drüben auch nochmal. Und so weiter und so fort. Und auf geht's nochmal. Nein, vertippt. Jawohl, hier haben wir Stufe 19. So, jetzt fehlt uns hier was. Nämlich einmal das hier. Und ich denke dann auch gleich mal noch das hier. Energie im Minus. Bedeutet, wir müssen hier noch Energie hinzubauen. Ist getan. Passt. So. Jetzt sind wir hier auf der neuen Insel, die wir jetzt beanspruchen. Passt. So. Wieso kommen wir jetzt nicht weiter? Weil uns die Information fehlt. Es gibt doch ein Infozentrum. Reicht anscheinend nicht. Wir brauchen noch eins. Es ist eigentlich gut. Es ist eigentlich gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.